Hat Wasserstoff einen medizinischen Nutzen? Durch den Wasserstoff kannst du deinen Körper sehr, sehr stark vor der Alterung schützen, auch äußerlich. Auch äußerlich. Man kann dieses wasserstoffreiche Wasser natürlich auch zur Hautpflege, Haarpflege und so weiter verwenden. Und natürlich, wenn man jetzt eine Krankheit hat, dann, gut, es gibt jetzt bei uns im Westen noch nicht viele Ärzte, die überhaupt eine Kenntnis von diesem therapeutischen Wasserstoff haben. Aber es gibt darüber bereits über tausend Studien. Es gibt eine eigene Fachzeitschrift, Medical Gas Research und es ist ein boomendes Projekt. Wobei allerdings, ich habe jetzt erst gestern nachgeschaut, der größte Gaslieferant der Welt, Linde Gas, deutsche Firma, die haben unter Medical Gas noch nicht den Wasserstoff. Der ist bei denen nur als technisches Gas erhältlich, obwohl er als Lebensmittel Zusatzstoff zugelassen ist. Der hat eine eigene E-Nummer. Das nimmt man zum Beispiel zum Verpacken, indem man da Wasserstoff mit reingebt, damit die Sachen länger halten. Also hier ist der verjüngende Effekt oder der altersverhindernde, oxidationsverhindernde Effekt schon bekannt, wird ausgenutzt. Aber in der Medizin und im Bewusstsein der Mediziner noch nicht. Bei uns jedenfalls. Untertitelung des ZDF für funk, 2017